Okay Uwe, Glückwunsch zum Sieg bei Eintracht Braunschweig 2 zu 0. Ihr musstet zwei Wochen lang auf die Tabelle gucken und der Blick war nicht wirklich schön aus Fortuna-Sicht. Wie groß fällt dann die Erleichterung aus nach so einem Sieg in Braunschweig? Ja, die ist schon groß. Ich habe das ja im Vorfeld gesagt, ich fand die Situation jetzt noch nicht völlig alarmierend oder beängstigend. Dafür waren die Leistungen eigentlich soweit ja inhaltlich in Ordnung. Es haben uns nur ein paar Komponenten gefehlt, die ein Fußballspiel ausmachen und die vor allen Dingen in dieser dritten Liga entscheidend sind. Und an denen konnten wir sehr, sehr konzentriert arbeiten. Und ich glaube, das Resultat haben wir heute hier auf den Platz gebracht. Hast du die Komponenten, an denen man die letzten zwei Wochen gearbeitet hat, heute gesehen? Ja, also ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit eine sehr hohe Zahl an Torabschlüssen gehabt. Wir waren wirklich sehr, sehr bemüht darum, jede Offensivaktion auch tatsächlich bis zum Ende durchzuspielen, abzuschließen. Ich habe eine gute Abschlussqualität bei Kwami Boa gesehen, der dann nicht zu verspielt noch mal eine andere Lösung gesucht hat, sondern der tatsächlich auch dann den Abschluss aus der Distanz gesucht hat. Ich habe einen hervorragenden Spielzug gesehen, direkt nach drei Minuten, bei dem wir uns fantastisch durchkombinieren. Da war das Thema Tiefgang, Besetzung der Box, dann ein ganz, ganz wichtiges Eboa. Läuft diagonal ein und kommt zu einem 1 gegen 1 gegen den Torwart. Das muss eigentlich schon ein Tor sein. Ich habe, was ja berechtigterweise ein großer Kritikpunkt war, direkt im Anschluss die Eckballsituation gesehen, bei der Moritz Hartmann frei zum Abschluss kam. Das war ja so ein Thema, dass wir in den ersten Spielen bei Standardsituationen einfach überhaupt nicht gefährlich waren. Da waren wir sofort und es hat gebrannt im Braunschweiger Strafraum. Und ich habe logischerweise natürlich die Abschlussaktion von Eberwein gesehen. Wir haben dieses Thema ja auch immer wieder öffentlich gemacht, dass Michi vor seiner schweren Verletzung sehr, sehr viel eher so im defensiven Mittelfeld in Dortmund gespielt hat, dass ich Laufwege einfach wieder aufbrechen musste, Laufmuster aufbrechen musste. Und ich glaube, das Resultat hat man heute gesehen. Er hat mehrere Abschlüsse gehabt, einen sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr viele Kopfballverlängerungen in vorderster Linie gegen diese Lufthorheit der Braunschweiger. Und darüber hinaus hat man tiefe Wege hinter die Abwehr gesehen, beispielsweise bei der Situation, als wirklich nur ganz, ganz wenig gefehlt hat, damit Quamir Bohr nicht 1 gegen 1 auf den Torwart läuft. Insofern glaube ich, haben wir wirklich an den richtigen Stellschrauben auch gedreht und haben die sehr, sehr schnell heute auf den Platz gebracht. Ich fand einzelne Jungs heute richtig stark, wenn ich mir so die rechte Seite angucke, läuferisch, ernst und scheu, Eberwein hat ein Tor gemacht und ein Tor vorbereitet, Schiek ist viel gelaufen, Jeboa ist viel gelaufen. Gibt es für dich so ein Matchwinner heute wie Eberwein, der an beiden Toren beteiligt ist oder war es einfach eine insgesamt starke Leistung von der Mannschaft? Ja, ich bin ehrlich, also emotional ist das für mich Boneo-Erfahrung, weil ich finde, heute hat man mal wieder gesehen, wie unfassbar gut dieser Junge ist, wenn das Spiel auf ihn zurollt. Und nicht nur, dass er viele Situationen bereinigt, sondern die Art und Weise, wie der Situation aufpasst, mit welcher Ruhe er dann auch Situationen löst, wie intelligent er dann auch verteidigt, das ist schon allerhöchste Qualität und Boneo ist mit Sicherheit ein absoluter Schlüsselspieler für eine gute Saison. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt endgültig sagen kann, dass so die Problematiken aus der Kreuzbandverletzung und der langen Reha heraus, dass die endgültig beseitigt sind. Insofern fand ich seine Leistung heute bemerkenswert. Natürlich ist es total falsch, einen herauszuheben, trotz alledem hat mich das wahnsinnig gefreut, weil ich weiß, wie wichtig seine Präsenz in der Defensive für unsere gesamte Stabilität ist. Darüber hinaus freue ich mich natürlich wahnsinnig über das Comeback von Hamdi Damani. Das geht dann ja vielleicht so ein bisschen runter, weil er nur ein Wechselspieler war und daher schon 2 zu 0 gestanden hat. Aber Hamdi hat unfassbar auf dieses Comeback hingearbeitet. Da muss ich einfach mal einen Riesenlob aussprechen an unsere medizinische Abteilung von Dr. Bruns, der innerhalb von anderthalb Stunden an dem Tag, ihr Samstags gegen Münster als Privatmensch, sofort ins Stadion kam. Erster Stresstest, dann das MRT, es war sehr, sehr schnell Gewissheit, dass er keine so ganz schwerwiegende Verletzung hat. Die Aufklärung über das, was kommt bis hin zur hervorragenden Arbeit von Ose, von Andrei Filippowitsch, mit Hamdi ist ja fast ein Wunder, dass der heute wieder auf dem Platz steht. Insofern ist das wirklich dann ein rundum gelungener Sonntagnachmittag gewesen. Inwiefern, also letzte Frage, inwiefern nimmt dann so ein Sieg nach vier holprigen Spielen und vier holprigen Ergebnissen Druck von der Mannschaft? Ich hoffe nicht zu sehr, denn wir sollten diesen Druck schon aufrechterhalten, denn man hat heute gesehen, dass wir mit diesem Druck, auch mit etwas schärferen Worten, auch mit etwas schärferen Trainingseinheiten, mit einer höheren Klarheit, dass wir mit der Konstellation scheinbar gut umgehen können. Denn wir haben heute tatsächlich von der ersten Sekunde an aus meiner Sicht eine unheimliche Präsenz auf dem Platz gehabt. Wir haben ausgestrahlt, wir wollen gewinnen. Wir waren jetzt nicht faktisch so viel besser wie Eintracht Braunschweig, aber das wäre jetzt auch ein Wunder, wenn man Budgets und Qualität der Spieler vergleicht. Nein, ich finde, wir haben heute tatsächlich ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Und wenn du so spielst und wenn die Spielanlage so ausgerichtet ist wie heute, wenn du darüber hinaus so solidarisch auf dem Platz agierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fortuna Köln relativ viele Punkte einfährt, die ist recht hoch. Und deswegen nochmal, ein Druck abfallen ist natürlich schon so, dass ich wahnsinnig erleichtert bin, dass du jetzt nicht so im Tabellenkeller festhältst, heute die erste Frage von Telekom war, haben sie Angst, heute mit der roten Laterne nach Hause zu fahren, gesetzt in Fall Lotte gewinnt und wir verlieren, dann wäre das so. Also daran sieht man ja, wie prekär kurzfristig betrachtet die Situation war. Ich glaube, wir haben die im inneren Zirkel als nicht so prekär empfunden, weil ich zum einen von der Kaderzusammenstellung, der Qualität der Spieler überzeugt bin. Wir hatten ein paar Probleme, auch verletzungstechnischer Art. Und darüber hinaus ist es ruhig geblieben und wir haben uns wirklich konzentriert darauf, an den Dingen zu arbeiten, die nicht so gut waren, die anderen zu festigen, eine gute Spielidee auf den Platz zu bringen, Braunschweig sehr intensiv zu analysieren. Und in Summa hat das dann vernünftig funktioniert. Nicht mehr und nicht weniger, denn ich glaube, es wäre ein Riesenfehler, jetzt gegen Jena auch nur ein Prozent loszulassen. Es wird mal Zeit für Heimpunkte, am besten ein Dreier. Danke.